Beschreiben Sie einen Arbeitgeber, für den Sie gearbeitet haben oder arbeiten möchten. In meinem heutigen Vortrag möchte ich Ihnen ein Unternehmen vorstellen, für das ich in meinem Heimatland gearbeitet habe. Um das Restaurantmanagement zu lernen, habe ich in einem Gastronomiebetrieb gearbeitet und dort praktische Erfahrungen in allen Bereichen des Restaurantbetriebs gesammelt. Ich hatte das Glück, in einem innovativen Gastronomiebetrieb zu arbeiten, wo Fairness und Qualität an erster Stelle stehen. Ein Catering-Unternehmen bietet Essen und Getränke bei verschiedenen Veranstaltungen und Orten an. Unser Unternehmen legt großen Wert darauf, etwa 80% unserer Produkte, die größtenteils aus biologischem Anbau stammen, aus der Region zu beziehen. Diese Nachhaltigkeitsstrategie spiegelt sich nicht nur in unseren Produkten wieder, sondern auch in unserem international gemischten Team, das aus Mitarbeitern verschiedener Länder besteht. Die Vielfalt und das inspirierende Arbeitsumfeld machen unseren Arbeitsplatz besonders attraktiv. Ein wichtiger Aspekt unseres Unternehmens sind die monatlichen Teamtreffen, bei denen sowohl berufliche Herausforderungen als auch persönliche Anliegen angesprochen werden. Unsere Unternehmenskultur basiert auf Offenheit, Respekt und gegenseitiger Unterstützung. Neue Mitarbeiter werden sogar in Kommunikationstrainings geschult, um sicherzustellen, dass etwaige Probleme konstruktiv und stressfrei gelöst werden können. Da Stress in der Gastronomiebranche unvermeidlich ist, bietet unser Unternehmen auch Stressmanagement-Maßnahmen an, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter in herausfordernden Zeiten unterstützt werden. Zusätzlich zur Zubereitung und Lieferung von Speisen kümmern wir uns auch um Eventplanung, Dekoration und Personalbereitstellung. Unsere Arbeitszeiten sind flexibel gestaltet, mit Tages- und Abendschichten, wobei wir auf eine gerechte Verteilung der Abendschichten an Wochenenden achten. Im Krankheitsfall gibt es Möglichkeiten für Änderungen, um sicherzustellen, dass die Arbeit nahtlos weitergeht. Als familienfreundliches Unternehmen bietet unser Unternehmen auch in Stoßzeiten einen angemessenen Urlaubsanspruch. Insgesamt ist unser Unternehmen bestrebt, eine positive und unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Fairness, Qualität und Mitarbeiterwohlbefinden im Mittelpunkt stehen. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte. Beispiel 2 In meinem heutigen Vortrag möchte ich ein Unternehmen präsentieren, bei dem ich gerne arbeiten würde. Ich will in einem führenden Unternehmen arbeiten wie zum Beispiel Google. Google ist eine weltweit bekannte Firma in den Bereichen Hard- und Softwareentwicklung. Google ist vor allem für seine Suchmaschine bekannt und befindet sich in Kalifornien, USA. Das Unternehmen bietet nicht nur gute Karrieremöglichkeiten, sondern legt auch Wert auf die persönliche Entwicklung. Das Arbeitsklima bei dieser Firma ist sehr angenehm. Das Unternehmen fördert Teamarbeit und bietet Team-Events sowie Weiterbildungsmöglichkeiten an und flexible Arbeitszeiten. Zusätzlich gibt es auch noch Fitness- und Gesundheitsprogramme für die Mitarbeiter. Das Unternehmen engagiert sich in Umweltschutzprojekten und hat letztes Jahr 1 Millionäre Euro für den Klimaschutz in Deutschland investiert. Google hat mehr als sein erstes Büro in Deutschland eröffnet. Google Drive, Google Kalender und andere Apps helfen jedem, den Alltag zu strukturieren und besser zu planen. Mit allen diesen oben genannten Punkten würde ich in diesem Unternehmen arbeiten. Damit komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblick geben konnte.